Ich bin auf Sendung, dann hallo und herzlich willkommen zum fünften GameStar Clan Turnier hier aus dem für die beteiligten fast schon berühmt berüchtigten Wow Room in München, wo wir in den nächsten drei Tagen die Finalisten bzw. die Sieger der drei Einzelturniere Counter-Strike, Tactical Ops und Unreal Tournament ermitteln werden. Frank Mayer sagte es bereits, am 18.10. fiel um Punkt 18 Uhr der Startschuss zum fünften großen GameStar Clan Turnier. Wieder waren insgesamt 48 Clans dabei, die sich in genauso vielen Partien um den Sieg stritten. Zur Qualifikation für das Turnier dienten wie immer die drei großen GameStar Online Ligen, in denen 800 Mannschaften antraten. Die spannenden Matches wurden diesmal in deutlich optimierter Qualität per Livestream ins Internet übertragen. Als Kommentatoren führten abermals Petra Schmitz und Nico Ernst durch die drei spannenden Tage. Durchaus. Mit einem geschickten Waffenwechsel, hier wird nicht nachgeladen, hier wird einfach nur die Waffe gewechselt. Am Sonntag schließlich standen dann die Sieger in Unreal Tournament Capture the Flag, Tactical Operations und Counter-Strike fest. Den ersten Platz in Unreal Tournament Capture the Flag gewann das Team von Ukraner. Leider können wir ihnen aufgrund der Indizierung keine Szenen daraus zeigen. Eine tolle Leistung, muss man wirklich honorieren und der erste Platz ist verdient. Herzlichen Glückwunsch. Ah, da hinten hinter der Säule, nicht so nah an die Geiseln, sage ich immer mit ein paar E's, weil das tut doch weh. Also den Geiseln. Dem hier tut auch recht was weh. Sieger in Tactical Operations, Deutschlands kranke Horde. Gute Vorrunde gespielt gegen T5, gegen Explosions, JTM. Manchmal ein bisschen knapp, aber insgesamt war es klasse. Gute Leistung, verdient gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Noch zu spielen. 1,33, also quasi nix mehr. Und in Counter-Strike schließlich konnten Maus-Sports den Sieg einfahren. Verdient gewonnen, herzlichen Glückwunsch an Maus. Neben der Ehre strichen die Gewinner Sachpreise im Wert von insgesamt 12.000 Euro ein. Hier nochmal einen herzlichen Dank an unsere Sponsoren. Mitsumi, AMD, Terratec, MSI, Microsoft, PC Cooling und Corsair. Ja, ich möchte mich im Namen aller, im Namen von GameStar und IDG recht herzlich bei Ihnen zu Hause am Bildschirm oder im Internetcafé bedanken. Ich denke, wir sehen uns alle im nächsten Jahr wieder. Macht's gut und bleibt sauber. Ciao. Ja, wir sehen uns alle im nächsten Jahr.